Kinder! Hier, hier! Wir sind pleite und müssen ins Gefängnis. Sie bitte. Oh mein Gott. Was tun wir jetzt, Papa? Etwas, was ihr noch nie im Leben gemacht habt. Nachdenken? Arbeiten. Bitte? Ich muss Ihnen eine Lektion erteilen. Papa! Welche Abschlüsse haben Sie? Ich habe keine Abschlüsse. Ich bin Autodidakt. Wie ist die Bezahlung? 1200 Euro. In der Woche, richtig? Nein, am Tag. Dann hätte ich vielleicht was für Sie. Au! Der Firmenwagen geht klar? Sie werden nicht enttäuscht sein. Nicht übel fürs Erste. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Guten Appetit. Und ich? Kein Geld, keine Pasta.